Hast du sie nicht alle? Echt, ey. So ein Tipp. Ach komm, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Einfach weitergehen. Okay, damit ich gehehebe. Nein, nicht mit mir. Alles okay. Es gibt's... Lass mich los! Was macht ihr da? Was soll das? Warum macht ihr das? Nach zwei weißen Männern wird immer noch in vier Bundesstaaten gefahndet. Die Gerüchte über uns sind auch hier angekommen. Sie werden verdächtigt. Oh, verderben wir uns nicht den Abend mit unnötigen Informationen. Du wirst es gleich selber erleben. Nein, 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 nein! Lass mich raus! Hilfe! Hey. Hallo, Ladies. Begrüßt eure neue Kollegin. Das ist unser kleines Unternehmen. Hier sind die Mädels. Sie sprechen kaum Englisch, aber ich bin sicher, du findest Freundinnen. Sie werden hier ausgebeutet? Bingo. Tiana und? Sie sind hierher gekommen für den amerikanischen Traum. Ich und mein Freund hier, wir geben Ihnen die Möglichkeit, den Traum zu verwirklichen. Indem ihr sie entführt? Sie sind selber ins Taxi gestiegen. Genauso wie du. Damit kommt ihr nicht durch. Sie werden euch finden. Weißt du, ähm, die da. Und jetzt? Schau sie dir an. Wie du siehst, lernt man hier schnell. Ladies, wir müssen morgen hier weg, also arbeiten wir die ganze Nacht. Wir haben eine neue. Bring sie in ihr neues Zuhause. Weg mit diesen Kopfhörern. Weißt du nicht Bescheid? Damit hat es nur Ärger gegeben. Kommt schon, beeilt euch. Trabajo. Arbeiten. Los. Lass mich los. Nein. Ganz ruhig. Heb dir deine Kraft auf. Ich muss dir gestehen. Ich habe dich ausgesucht. Ausgesucht? Ja, ich bin dir gefolgt. Schon sehr lange. Ben hat's nicht gefallen, aber mir gefällst du. Sehr sogar. Du bist schön. Du riechst nach Erdbeeren. Küstlich. Gewöhnlich in dein Zimmer. Du schläfst hier und... Deine Toilette ist hier. Oh, und... Hätte ich fast vergessen. Ruhe dich aus. Morgen ist dein erster Arbeitstag. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Oh, 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 oh. Kommt schnell! Gehen wir! Los! Nein, Signora! Lassen Sie uns in Ruhe. Was? Das verstehe ich nicht. Wollt ihr nicht nach Hause und frei sein? Doch, Signora, wir wollen nach Hause, aber... Sie werden dich erwischen. Noch nie ist jemand weggelaufen. Das hat niemand geschaffen. Also bitte, lenke uns nicht von der Arbeit ab. Viel Glück. Ich... 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 ich komme zurück und hole euch hier raus. Ob ihr wollt oder nicht. Oh, verstehe. Du willst ein bisschen spielen, ja? Okay. Meine Liebe, du verschwindest deine Zeit. Du entkommst mir nicht. Oh, oh, oh. Hallo? Hey, 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 hey. Wir spielen ohne Spielzeug. Siehst du? Komm schon, hör auf. Guter Schuss, Mann. Du hast sie gerade in Dornröschen verwandelt. Oh, unsere kleine Prinzessin ist aufgewacht. Sehr schön. Ich war schon besorgt, dass du den interessantesten Teil verpasst. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh, noch gar nichts. Das war nur ein Tranquilizer für hyperaktive Tiere. Das war sehr tapfer von dir bei deinem Fluchtversuch, einen Finger zu brechen. Aber jetzt kannst du nicht arbeiten. Und das gehört nicht zu unserem Plan. Ja, dafür wirst du bestraft. Bitte. Mein Inhalator. Was? Er ist in meiner Tasche. Oh, Mann. Wir sollten ihr helfen. Komm schon, das ist doch nur ein fauler Trick. Nein, er ist in meiner Tasche. Bitte hol sie ihn. Hör zu, Ben. Das ist... Also, hol ihre Tasche. Los! Wenn das ein Trick ist, erwürge ich dich eigenhändig, wenn wir fertig sind. Verstanden? Ich hab doch gesagt, weg mit den Kopfhörern. Hab ich gemacht. Und was ist das, hä? Verstehst du nicht, dass deswegen du und ich wahrscheinlich... Keine Bewegung! Hände hinter den Rücken! Du blöde... Elisa! John! Alles in Ordnung. Ich bin hier. Ich bin hier. Alles okay. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wäre alles gut ohne diese Schlampe, du Idiot! Warum habe ich auf dich gehört? Idiot! Lass mich in Ruhe, Mann! Elisa, Scheiß. Ist alles okay? Ist dir wehgetan? Nein, es ist alles okay. Es ist nichts passiert. Sie hatten keine Zeit. Ruth, ich war so besorgt. Komm her. Tja, Madame, Sie haben heute nicht nur sich selbst geholfen. Ja, wir haben dein Handy per GPS orten können. Stimmt. Und mit dem Handy konnten wir die Kopfhörer orten. Und was die zwei betrifft, naja, keine Sorge, die werden ihren Platz in der Hölle finden. Ist wirklich alles okay? Gleich kommt dein Wagen und bringt dich ins Krankenhaus. Na, hoffentlich ist es kein Taxi. Nein, nein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018